Mein bislang größter sportlicher Erfolg war mein erster Kampf, dass ich mich dazu überwunden habe in die Kirche zu steigen und mich mit einem Fremden zu messen. Ja, vom Endeffekt hatte ich sehr viel Angst. Man kann ausgenaut werden, man kann gewirkt werden. Man denkt an die Fähigkeiten des Gegners und wiederum auch an seine Fähigkeiten. Und das vergleicht man den ganzen Teil. Als ich gewonnen habe, war es ein sehr befreiendes Gefühl. Es war ein gutes Gefühl. Vor allem, es war auch ein surreales Gefühl, weil ich konnte es in dem Moment nicht so sehr wahrnehmen. Ich habe mich eher gefreut, dass es so schnell vorbei war. MMA-Fans kommt am 2.2. zu Willow für mich in Hannover in der Suisse Live vor. Es wird eine geile Show.